Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr von eurer Phoenix die Herzfrequenz außerhalb des Virtual Run Profils an Swift senden könnt. Da gibt es nämlich ein ganz cooles Ding, was verbaut ist und zwar schimpft sich Herzfrequenz senden. Also eure Uhr funktioniert dann quasi als eine Bridge. Sie sendet dann die Herzfrequenz zu mehreren Geräten. Also sie sendet sie sowohl in N Plus als auch in Bluetooth und das ist ja das, was wir wollen, weil wenn ich es mit dem Apple TV verbunden habe oder so, dann habe ich ja kaum eine Möglichkeit, außer mit dem Virtual Run Profil die Herzfrequenz zu senden. In meinen Augen ist der Nachteil des Virtual Run Profils, wenn ihr einen Footpot oder einen NPE Run an eurem Laufband habt, die sind viel, viel genauer als was die Uhr, sag ich mal, glaubt, was ihr lauft. Weil das Virtual Run Profil nimmt ja eigentlich die Geschwindigkeit und alles über die Armbewegung und glaubt dann, ihr rennt so und so schnell. Vorteil ist, was euch auf der Uhr angezeigt wird an Geschwindigkeit und Trittfrequenz, wird euch auch in Swift angezeigt. Nachteil ist, es ist meistens deutlich ungenauer, als wenn ihr einen Footpot oder den NPE Run nutzt. Wenn ihr das Virtual Run Profil einstellt, dann bekommt ihr ja automatisch, ich gucke mal gerade, ob das hier jetzt geht, wenn ich jetzt hier auf Virtual Run gehe, ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich die Uhr nicht am Arm habe. Natürlich ganz unten, wenn ich jetzt auf Virtual Run gehe, dann seht ihr, ist auch die Herzfrequenz direkt bei Swift drin. Nehme ich jetzt aber das normale Laufband Profil, was ja eigentlich in meinen Augen besser ist, weil ich mag das lieber und mache das an, dann habe ich kein Signal. So, aber wenn ihr lieber mit diesem Profil aufzeichnen wollt, geht das ganz einfach und zwar, ich zeige euch auch gleich, wie ihr das einrichten könnt. Ich habe, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt eine, dass ihr das manuell einschaltet. Ich habe es mir hier oben auf dieses Steuerungsrädchen gelegt, da seht ihr, das ist dieses Herzfrequenz senden. Und wenn ich das jetzt anmache und sage Start, dann seht ihr, wird die Frequenz direkt an Swift gesendet. So, jetzt stoppen wir das aber mal. So, wie bekommt ihr das hier oben hingelegt? Das ist einfach und zwar geht ihr dafür, jetzt gehen wir hier erstmal komplett raus. In, haltet die mittlere Taste gedrückt, geht auf System, sucht euch hier den Begriff Steuerung, bestätigt und sucht euch hier jetzt dieses Herzfrequenz senden. Wenn das hier oben bei euch wird es ja noch nicht drin sein, dann geht ihr so weit runter, dass ihr auf Neu hinzufügen geht. Sucht euch dann dieses Herzfrequenz senden an, aus und bestätigt das und dann habt ihr das hier oben in der Steuerung liegen. Ihr könntet es auch auf ein Hotkey legen, das geht genauso im Prinzip, dann geht ihr halt nur auf die Hotkeys und aktiviert es dann so. Viel einfacher ist allerdings, tut mir leid, dass das so wackelig ist. Also ich stehe ja, wenn ihr hier sehen würdet, wie ich hier stehe, dann kriegt ihr direkt schon Rückenschmerzen. Viel einfacher ist es. Ihr haltet die mittlere Taste gedrückt. Ihr geht runter in das Sensorenmenü. Ne, Sensorenmenü. So. Geht da rein. Geht auf Herzfrequenz am Handgelenk messen. Geht da rein. Hier würde ich es immer auf Automatisch nehmen, weil dann nimmt ihr diese ganzen Daten auch, um eure Trainingsstatus zu bestimmen. Normaler. Ich bin schon wieder in Musik, das geht ja doch nicht. So. Dann geht ihr runter und sagt hier während der Aktivität ein. Das heißt, sobald ihr in den Aktivitätsbildschirm jetzt geht, hier seht ihr, es ist noch kein Signal da. So, gehe ich jetzt in den Aktivitätsbildschirm. Vermutlich wird er jetzt keine Herzfrequenz haben, weil ich das nicht am Arm habe. Ach Gott, ist das kompliziert heute hier mit dem Video. Dann hat er sofort, wie ihr da seht, die Herzfrequenz. Und das heißt, egal in welcher Aktivität ihr das jetzt aufzeichnet mit Swift, ob wir jetzt beim Fahrradfahren sind oder was auch immer, sobald ihr die Aktivität startet, habt ihr die Herzfrequenz in Swift drin. Und das ist echt super, wenn ihr keinen, wenn ihr zum Beispiel nur einen Antplus fähigen Herzfrequenz, es müsste auch über den Gurt gehen. Ich bin mir nicht sicher, ich kann es nicht testen, weil mein Gurt sendet sowohl Bluetooth als auch Antplus. Und deswegen kann ich das jetzt nicht testen. Aber wir können hier wieder schön sehen, wenn ich jetzt hier oben, wenn ich jetzt wieder rausgehe hier, dann ist es auch sofort wieder weg. Also ich gehe hier auf Zurück und in der Regel dauert es einen kleinen Moment und dann ist die Herzfrequenz auch wieder weg. Also so bekommt ihr die Herzfrequenz in Swift rein und müsst nicht das Virtual Run Profil nutzen. Ihr habt dann auch eine genauere Aufzeichnung von all den Sachen für euer Profil quasi. Das wird ganz normal als eine Laufbandaktivität aufgezeichnet. Ihr könnt hier oben bei Swift dann eure anderen Sensoren auswählen. Wenn ihr jetzt hier Stride habt, mein NPE Run ist jetzt geradeaus, aber dann könnt ihr das Ganze wählen. Was allerdings nicht geht, ist die Uhr dann zu nehmen. Er hat dann zwar die Schrittfrequenz, aber die Geschwindigkeit wird nicht geschickt. Also da würde ich dann, das würde ich, Laufband würde ich dann wirklich nur nehmen, wenn ihr eine andere Möglichkeit habt, die Sachen an Swift zu senden. Also FootBot oder NPE Run. Dann Laufband nehmen und dann habt ihr auch wunderbar die Möglichkeit, das alles direkt schön. Jetzt nehme ich mal den hier, der kriegt natürlich kein Signal. Und wenn ich jetzt hier wieder auf Aktivität gehe, dann zack, habe ich die Herzfrequenz drin. Super cool. Wenn ihr zum Beispiel einen Edge laufen habt, dann sendet er das auch, die Herzfrequenz in der Regel auch an den Edge. Wenn ihr jetzt kein Brustgurt an habt, muss er nochmal gerade rausgehen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Aktivität reingehe, dann sollte das Ganze auch an den Edge gesendet werden. Und da seht ihr, habt ihr das. Ihr habt es jetzt hier im Edge und ihr habt es hier oben in der Swift-Darstellung auch. Also so könnt ihr quasi eure Herzfrequenz an mehrere Sachen gleichzeitig schicken, weil es wird per Bluetooth und per N plus geschickt. Und über N plus könnt ihr natürlich beliebig viele Geräte im Prinzip anschließen, die N plus fähig sind. Und ja, ich finde es cool, wenn ihr einen N plus Gucht habt, der also wirklich nur N plus kann, probiert mal aus, ob das dann trotzdem funktioniert. Das würde mich echt mal interessieren. Ich kann es, wie gesagt, leider nicht probieren, weil ich keinen nur N plus fähigen Gucht habe, in Anführungsstrichen. Und deswegen kann ich das leider jetzt nicht gegenchecken. So, jetzt gehen wir hier wieder raus, Laufband raus und es dauert einen kleinen Moment und dann ist die Übertragung auch weg. Cool, oder? So, hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen und bringe jetzt mal eure Herzfrequenz mal richtig schön mit in Zwift rein. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.